Es ist eine Weltpremiere, die erste offizielle Ausgabe des Gentleman-Clubs live aus Berlin. Wir machen doch jetzt mal so eine Runde ganz schnell, jeder, oder? Nö. Hey, ich bin Türke, das heißt bei uns ist eine Respektchelle was völlig Normales. Das heißt, du überschneidest du eine Grenze. Hättest du gerne Sex mit Florian Silber? Geht's um den Lamborghini? Nein, nein. Wenn wir schon mal Kisse sind, hier wird vielleicht Michael Schäfer. Macht mich überhaupt nicht an und interessiert mich überhaupt nicht. Frank Lampard. Hier we are, and this is us.